ja hallo meine freunde ich begrüsse euch wieder zu einem neuen video von jb car project heute habe ich euch das ultimative reinigungsmittel für den inneren raum vom auto ich habe wirklich lange gesucht ich habe alle produkte die ja so groß und so reinigend angepriesen werden ausprobiert nichts hat wirklich geholfen und dann kam meine frau auf eine super idee die billigste lösung aber mit abstand die beste ich werde es euch zeigen jetzt ich werde euch in diesem video ein paar stellen von einem saab 93 cabrio zeigen die ich gereinigt habe ich möchte noch darauf hinweisen dass dies kein werbevideo ist sondern tatsächlich eine entdeckung meiner frau schaut euch das video ganz an ihr werdet erstaunt sein wie gut das funktioniert und vor allem wie wenig es kostet w die Das absolute Topmittel ist das da. Powercleaner, gekauft in einem normalen Kaufhaus. Diese Pads, kann man sagen, das sind so weisse Schwimmel, ich zeige euch das mal hier. Die feuchtet man mit Wasser an, kosten ich glaube etwas unter einem Euro für ein ganzes Paket und wenn sie feucht sind, reinigt man normalerweise weisse Wände, die irgendwie dreckig geworden sind oder so, aber mit denen, ihr glaubt es nicht, was ihr im Auto alles reinigen könnt. Vor allem Top für Cabrios, die billigste, aber mit Abstand die perfekteste und geilste Lösung. Musik 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 Ich hoffe, dass ihr genau so überrascht. Und vor allem begeistert seid, wie gut sich das Fahrzeug damit reinigen lässt. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spass, falls ihr auch vorhabt, noch am Wochenende das Auto Top zu cleanen. Ich würde mich freuen, falls ihr einen Daumen hoch macht, wenn es euch gefallen hat, das Video. Und ich wünsche euch alles Gute bis zu meinem nächsten Video von JBCarProject. Musik 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 Musik